Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei Pearl TV. Ist es wirklich schon wieder soweit? Ja, ist es die Zeit für die 5 Euro Überraschungsshow. Eine halbe Stunde lang Produkte, die exklusiv nur für Sie jetzt für 5 Euro erhältlich sind. Eine Produktpalette der Spitzenklasse, viele verschiedene Produkte. Und wir sagen nur eins, wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Und wenn Ihnen ein Produkt gefällt, dürfen Sie das sogar bis zu 5 Mal mitnehmen. Ja, deshalb heißt es auch immer schnell sein, denn unser 5 Euro Kontingent ist begrenzt. Und ich würde sagen, wir reden noch gar nicht mehr lange, wir holen Diana mit unserem ersten Produkt. Und da ist der Buzzer, da ist Diana und jetzt bin ich gespannt. Wir haben so viele schöne Sachen und das Schöne ist, die haben bis vor 2, 3 Sekunden noch wesentlich mehr gekostet. Danke schön, Diana. Nur exklusiv für Sie sind Sie jetzt auf 5 Euro heruntergesetzt. Und das ist ein, oh, das ist was ganz Wichtiges. Gerade im Herbst, Winter wird das wieder ganz interessant. Das ist eine Stirnlampe. Ganz genau. Eine LED-Stirnlampe mit 7 LEDs, 3 Helligkeitsstufen, 30 Lumen und das Ganze sogar im Zweier-Set. Das heißt, Sie bekommen jetzt 2 Produkte für 5 Euro exklusiv 4. Und nämlich für Sie behalten Sie Ihre Hände einfach ab sofort frei. Denn die robusten Stirnlampen sind ideale Begleiter für Ihren Outdoor-Spaß. Jetzt haben Sie immer alles Licht beim Joggen, Campen, Geocachen, Mountainbiking, Wandern oder sogar beim Angeln. Ja, also egal wo, man hat die Hände frei. Und ich habe das eben schon mehrfach jetzt letzten Winter gesehen, wo da so Nordic Walking Gruppen unterwegs waren. Die haben zur Sicherheit eben solche Lichter aufgehabt, solche Stirnlampen. Und damit siehst du die auch besser und Sie sehen selber auch. Und das ist ja auch in beider Seiten, in beiden Seiten wichtig. Aber ich könnte mir das auch gut vorstellen bei kleinen Arbeiten, wo du mal ein Zusatzlicht brauchst. Ja, nimmst du die Stirnlampe und dann kannst du hier im Licht arbeiten. Also auch da angeln, weiß ich nicht. Ich bin kein Angler, aber doch, Kathi erzählt das immer, dass ihre Brüder solche Stirnlampen haben. Aber die sagt immer, die haben für eine 30 oder 40 Euro bezahlt. Und jetzt haben wir wirklich ein Zweierset für 5 Euro. Ein Zweierset für 5 Euro. Das Ganze hier mit so einem schönen elastischen Band. Also so, dass man es auch perfekt über natürlich jedem Kopf mitkriegt. Sie sehen es auch schön robust gearbeitet. Hier nochmal mit so einer kleinen Halterung, wo Sie sogar das Licht nochmal in die Richtung anpassen können. Und das Ganze bieten wir Ihnen jetzt exklusiv für 5 Euro an. Und nicht eine nur, sondern ein Zweierset. Zwei dieser wunderbaren Stirnlampen. Und ich glaube, das ist auch echt gut, auch mal wenn Stromausfälle sind. Weil gerade, wenn man mal zum Sicherungskasten oder so laufen muss, bis man da so die Taschenlampe gefunden hat, nehme ich doch einfach hier schnell meine Stirnlampe, setze die einmal drauf, kann ich sogar noch viel besser überprüfen, ob vielleicht eine Sicherung raus ist oder so. Denn ich habe ja beide Hände sofort frei. Ja, das ist eben das Wichtige, beide Hände frei zu haben und trotzdem Licht. Und ich habe gerade gemerkt, das passt selbst über meinen Kopf. Also passt es Ihnen mit Sicherheit auch. Ist auch anpassbar. Also das ist wirklich für jede Größe. Und Christoph, passt dir das auch? Weiß ich gar nicht. Komm, ich setze nochmal auf. Also mir passt einwandfrei. Wie sieht es bei dir aus? Mir passt es super. Ja, ich finde auch. Ich finde die hier halt mit der Handmann so schön in der Hand auch halten. Vor allem, ich möchte Ihnen ja einfach auch viel lieber mal so ein bisschen das Gummiband zeigen, wie elastisch das ist. Also schauen Sie mal, super elastisch, super flexibel, einsetzbar. Und der Holger aus Bitterfeld-Wolfen hat es auch schon bestellt. Und er schreibt, ich nutze die Stirnlampe zum Lesen von Büchern im Bett. Bei Reparaturen in dunklen Ecken ist es eine große Hilfe. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es bei Auslieferungen aller Art im Dunklen sehr hilfreich ist. Zum Fahrradfahren sollte man es auf jeden Fall immer mit dabei haben. Ja, und auch wir schauen sehr, sehr gerne einmal zu den Kollegen von Pearl.de. Denn hier sehen Sie gerade mal eine einzelne Lampe für 5 Euro. Sie kriegen jetzt hier zwei für ein, quasi so gesagt. Und das Ganze exklusiv nur hier in der 5-Euro-Überraschung. Ja, was ich gerade interessant fand, war mit dem Lesen im Bett. Da will man den Partner nicht stören, großes Licht anmachen. Dann nimmt man die Stirnlampe und leuchtet eben auf seine Zeitschrift oder auf sein Buch. Also das ist auch eine gute Idee, aber für Outdoor-Aktivitäten. Wenn es dann wieder früher dunkel wird, ist das perfekt. Vielleicht auch beim Hundgassi gehen. Aber ich denke, Sie haben schon die richtige Verwendung dafür. Ein Zweier-Set für 5 Euro. Das ist ein absoluter Knaller. Und Diana passt es auch. Diana, das steht dir richtig gut. Ja, das steht super gut. Und Sie dürfen es sehr, sehr gerne jetzt auch bestellen. Mit der Bestellnummer der NX 9526 und der 569. Sie wissen, ein Zweier-Set, Sie haben es eben gesehen. Das jetzt für 5 Euro. Unglaublich aber wahr. Ich frage mich ja immer, wie wir das eigentlich überhaupt möglich machen. Keine Ahnung, wir machen es einfach für Sie. Und Sie sind hoffentlich jeden Tag dabei. Denn jeden Tag um 17 Uhr haben wir die 5-Euro-Überraschung schon. Übrigens um 19 Uhr, also auch heute um 19 Uhr, die 10-Euro-Überraschung schon. Jawohl. Ich schaue mal, was als nächstes kommt. Und wir drücken gemeinsam den Wasser. Diana richtet die Haare noch einmal. Und dann geht es sofort los mit den nächsten Produkten. Was hast du denn schon reingemacht? Oh, das ist zweifach. Das ist zweifach. Was fangen wir an? Einmal Herren, einmal Damen, nicht Herren. Fangen wir an. Und zwar Armbanduhren der Extraklasse. Und ich muss sagen, ich kenne die ja. Und die sehen so schick aus. Man kommt nicht mal in die Nähe des Verdachts, dass so eine Uhr nur, in Anführungsstrichen, 5 Euro kosten würde. Weil die ist aus reinem Edelstahl, ist Spritzwasser geschützt bis 3 Atmosphären, hat ein japanisches Quarzuhrwerk, Qualitätsuhrwerk, ein komplettes Metallgehäuse und sieht auch noch unglaublich elegant aus. Und was ich an dieser Uhr außergewöhnlich finde und liebe, ist, dass sie so dünn ist. Also auch wenn du mal einen Sakko oder ein Hemd anhast, die stößt nicht laufend dran an oder bleibt hängen, sondern die ist praktisch nicht spürbar, aber trotzdem unglaublich elegant. Super elegant und richtig schick, muss ich auch ganz klar sagen. Vor allem auch durch die schöne Verarbeitung. Das ist ja ein richtiges Quarzwerk, was dort verarbeitet wurde. Richtig, ein japanisches Quarzuhrwerk hier mit hoher Ganggenauigkeit. Und das Armband und auch der Gehäuseboden sind aus rostfreiem Edelstahl. Das ist vielleicht für Allergiker ganz, ganz wichtig. Viele sind ja Nickelallergiker oder Ähnliches. Da ist nichts dergleichen drin. Und die Armbandlänge kann man auch nochmal anpassen durch Herausnehmen oder Einfügen von Armbandgliedern. Da sind extra noch Ersatzglieder dabei. Und das alles für 5 Euro. Und bei dieser Uhr muss ich immer überlegen, die ist ja Batterie betrieben wie alle Quarzuhrwerke. Und wenn du da die Batterie wechseln lässt bei der normalen Uhr, zahlst du ja schon 9,95 Euro. Hier bekommst du eine komplette Uhr mit neuer Batterie für 5 Euro. Und das Schöne ist, man darf hier auch bis zu 5 Mal diese Uhr bestellen. Die Herrenuhr jetzt in diesem Fall. Aber das ist auch mal ein schönes Reservegeschenk. Das ist ein richtiges tolles Geschenk. Vor allem das möchte man ja auch wirklich überall mit dabei haben. Und ich muss jetzt auch nochmal sagen, warum immer den Partnerschaftsring oder die Partnerschaftsketten tragen. Warum wollen Sie nicht auch mal gleichzeitig lieber die Damenvariante auch noch einmal mitnehmen? Denn das Ganze können Sie auch hier noch einmal ganz exklusiv mit nutzen. Dieses tolle Modell dürfen Sie bis zu 5 Mal natürlich auch bestellen. Deswegen seien Sie hier wirklich einmal schnell. Rufen Sie ganz schnell an. Nur 180, 51, 51 und dreimal die Zwei. Ich muss ganz ehrlich sagen, eine Uhr für 5 Euro, das bietet nur Pörl TV. Ja, würde ich auch behaupten, das gibt es nur in der 5 Euro Überraschungsshow. Für die Herrenuhr notieren Sie bitte die Bestellnummer, die NC 7388 und die 569. Wobei Herrenuhr ist eigentlich nur vom Hersteller vorgegeben. Mittlerweile gibt es viele Damen, die gerne breitere Uhren tragen. Aber wir haben jetzt auch noch einmal explizit die etwas schlankere Uhr für Damen im gleichen Design. Und du hast vorhin gesagt, Partnerringe, Partneruhren ist auch mal was ganz anderes. Am besten gleich beide bestellen. Und ich sage Ihnen jetzt auch gleich für die Damen nur die Bestellnummer. Das ist die NC 7389 und die 569. Der Preis ist identisch. Jeweils 5 Euro. Die kommt so schön zu Ihnen nach Hause. Erstmal in dieser richtig tollen Verpackung. Und jetzt packe ich es mal mit Ihnen zusammen hier aus. Schauen Sie mal. Richtig schönes Samtkissen. Dann natürlich noch diese Uhr hier mit drin. Und ich halte jetzt noch einmal das Herrenmodell gegenüber. Da sehen Sie es wirklich, dass die fast identisch gleich sind. Natürlich ein bisschen schmaler ist sie hier gearbeitet. Ich finde auch, die wirken richtig toll auch so zusammen. Und ich glaube, da hat man auch immer mal so ein kleines Geschenk. Falls man mal wieder mal den Hochzeitstag, den Jahrestag, den 1. Kusstag oder was auch immer mal vergessen hat. Weil ich glaube, eine Dame mit einer Uhr zu überzeugen, das kriegt man auf jeden Fall hier hin. Also Uhren gehen auch bei Herren immer. Bei Herren ist es ja oftmals der einzige Schmuck, der getragen wird. Vielleicht der Ehering noch. Aber dann war es das. Und dementsprechend Uhren kann man nie genug haben. Ich habe ja auch jede Menge Uhren zu Hause. Und ich liebe jede Einzelne. Und das ist natürlich eine schicke, elegante zum kleinstmöglichen Preis. Behaupte ich jetzt einfach mal bei 5 Euro. Das ist unglaublich. Und dann bitte gleich beide bestellen. Die Herrenuhr noch mal die Bestellnummer. Die NC 7388 und die 569. Und die Damenuhr hat die NC 7389. Und die 569. Und Damen, die Herren, ich glaube, jeder Beschenkte wird sich über so eine schicke Uhr freuen. Und man spart auch noch viel Geld. Was natürlich auch schön ist, wenn man viel im Garten ist. Das ist jetzt keine Gartenuhr. Aber wenn du dann deine teure Uhr nicht anziehen willst, dann ist das auch mal für Outdoor-Aktivitäten einfach die günstige Variante. Wenn die mal kaputt gehen sollte oder verloren oder geklaut werden sollte, ist es nicht ganz so schlimm. Man hat ja oftmals auch Uhren zu Hause für mehrere hundert Euro. Und dann ist das natürlich die günstige Alternative bei Outdoor-Aktivitäten. Ja, große Chance jetzt hier für Sie, so richtig schöne, edle Schmuckstücke natürlich auch einmal mitzubekommen. Und das Ganze sich jetzt hier einfach mal zu sichern. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt auch schon mal wieder, was als nächstes kommt. Ralf, bitte. Ja, aber gerne doch. Alter Verschönheit sagt man ja immer so schön. Oh, guck mal. Oh. Preis-Alarm, das heißt, wir haben jetzt wieder was ganz, ganz Außergewöhnliches. Schauen wir mal. Oder ich höre gerade von unserer Regie, es ist ein Fehl-Alarm. Wir haben keinen Preis. Aber trotzdem, Preis-Alarm fehlt. Nee, das ist kein Fehl-Alarm. Also wenn jetzt meine Enkelin zuschaut, sagt sie, das ist das Oberhammer-Produkt, weil sie liebt es. Sie liebt es. Oh ja, unsere rotierende Disco-LED-Lampe mit diesem Galaxy-Effekt mit Weißlicht. E27-Fassung und 5 Watt. Erleben Sie coole Lichteffekte bei Ihrer nächsten Party. Die Lampenkuppel leuchtet in Rot, Grün und Blau wie eine farbenfrohe Sternengalaxie. Zudem dreht sie sich dabei. Jetzt kommt richtige Disco-Stimmung auf. Und was hier besonders toll ist, also Mama ist zufrieden und Enkelin ist zufrieden. Also meine Tochter, weil die Lampe ist bei meiner Enkelin, muss ich jetzt kurz sagen, in der Deckenlampe installiert. Im Kinderzimmer, oder? Ja, im Kinderzimmer. Genau, das passt in jede. So, jetzt pass auf. Jetzt machst du den Lichtschalter an, dann hast du ein ganz normales weißes Tageslicht. Also die Beleuchtung, die man braucht zum Putzen oder zum Aufräumen. Und jetzt machst du den Lichtschalter wieder aus und wieder an. Und dann hast du die Disco-Beleuchtung. Also das kannst du immer flexibel wählen. Was brauche ich jetzt? Brauche ich das feste Licht, um was zu sehen? Oder will ich Party machen? Wird übrigens, das habe ich auch schon gehört, von Gastronomen sehr gern verwendet. Und zwar, wenn sie Aktivitäten haben, dann kommt natürlich hier normales Licht. Und wenn es zum Essen geht oder ähnliches, brauchst du ja ein helleres Licht. Dann wird einfach umgeschaltet auf das normale weiße Licht. Also das ist einfach perfekt, weil wir hier beides haben. Wir müssen nicht die Birne wechseln oder hier die LED wechseln, wenn wir ein anderes Licht haben. Sondern du hast beides in einem. Vor allem, also ich muss jetzt momentan schon mal meinen großen Geburtstag ein bisschen planen, weil der ist in fünf Monaten schon wieder so weit. Nein, ich werde jünger als du, Ralf. Du wirst niemals jünger als ich werden. Nein. Oder ich niemals, egal, lassen wir das. Nein, aber auf jeden Fall, ich habe mich jetzt wirklich mal so ein bisschen informiert, was so richtig professionelle Partybeleuchtung und sowas kostet. Da kannst du ein richtiges Schweinegeld ausgeben. Und hier habe ich ja jetzt die Möglichkeit, bis zu fünfmal wieder zuzugreifen und einfach so ein bisschen meine eigene Partyatmosphäre so ein bisschen zu schaffen. Und das mit einer ganz normalen Lampe, dadurch, dass die sich ja auch noch bewegt, also rotiert, hat man natürlich auch nochmal so diesen Disco-Kugel-Effekt. Und ansonsten, wenn ich eben sage, wir fangen erst am Abend gemütlich mit dem Essen an, kann ich einfach die Lampen einmal normal reinmachen und habe normales Weißlicht. Aber jetzt Partybeleuchtung, weil du das sagst, oftmals hat man ja bei so einer Party eine Tanzfläche. Und jetzt nimmst du eine alte Nachttischlampe, da ist ja auch E27-Gewinde, drehst es rein, links und rechts eine hin, schaltest es ein, dann hast du schon die komplette Tanzflächenbeleuchtung. Da hast du absolut recht, günstiger kann es gar nicht gehen als für fünf Euro. Aber auch in ihrem Hobbykeller, wenn sie sowas haben, Partykeller, da braucht man ja einerseits, weil man irgendwann mal wieder sauber machen muss, Putzlicht und andererseits Partylicht. Hier haben wir beides, Putzlicht und Partylicht. Also das ist eigentlich die perfekte Kombination zum perfekten Preis. Die Jana aus Harschbach hat noch ein ganz tolles Kundenfeedback geschrieben. Passt prima in die Küche. Der Disco-Modus wird dann besonders cool, wenn ich mit den Kindern Geburtstag feiere. Okay, Küche wäre ich jetzt nicht als erstes draufgekommen, aber warum denn auch, warum denn nicht in der Küche? Also das, ich glaube, das kann man wirklich in allen Räumen, wenn man mal eine Schlafzimmerparty macht, warum nicht auch in der Schlafzimmerbeleuchtung? Also bis zu fünfmal dürfen Sie ja diese LEDs bestellen und dann hat man eigentlich in der ganzen Wohnung Partyzone. Ja, Enix 91,28 und die 569, unsere Bestellnummer für Sie. Ganz wichtig ist immer, vergessen Sie nie die 569 und vor allem, Sie wissen, normalerweise gelten unsere TV-Sonderpreise zwei Stunden. Aber in der 5-Euro-Überraschungsshow haben wir immer nur ein begrenztes TV-Kontingent. Deswegen, da müssen Sie wirklich schnell sein, wenn Sie sich die auch gerne einmal sichern wollen. Und wir schauen jetzt mal, was das ist. Und schauen Sie mal, jetzt heißt es wirklich Preisalarm. Und das bedeutet, das ist wieder ein Produkt, das gehört normalerweise nicht in die 5-Euro-Überraschungsshow. Boah, das ist aber schwer. Eins will ich nur noch sagen, egal was da jetzt drin ist, ein Stück pro Besteller dürfen wir hier nur zulassen, weil das ist was, was gar nicht hier reingehört, was wir eigentlich gar nicht machen dürften. Und wir haben ein 5er-Set. Komm, wir drehen es mal um, dann ist es einfacher. Das ist top aktuell. Ein 5er-Set Malbücher für Erwachsene mit natürlich fünf verschiedenen Motiven. Und zwar, jetzt muss ich schauen, ob wir die, also jedes Buch mittlerweile mit 32 Seiten. Wir haben hier die Tierwelt oder Diana, glaube ich, schon mal ein bisschen gemalt. Dann haben wir auch, ich schaue, ob das hier irgendwo im Einzelnen steht, wenn nicht, schauen wir einfach. Lassen Sie den gedankenfreien Raum und spielen Sie das altbewährte Bildtradition. Und das ist natürlich voll im Trend. Jetzt haben wir hier... Aber Ralf, ich kann mich noch erinnern, ich hatte das letztens noch in der normalen Sendung, da lag das deutlich teurer. Jetzt wieten wir es Ihnen hier an. Wir schauen auch gerne mal zu den Kollegen von Pearl.de, wo das denn sonst preislich liegt. Wow. 18 Euro, ne? Also für ein 5er-Set ist das schon echt günstig. Aber jetzt hier im Preisalarm haben Sie die Möglichkeit, das Ganze einmal pro Tag und einmal pro Besteller jetzt zu bestellen. Denn das ist Ihre große Chance jetzt hier. 5 Mal Bücher. Blätter mal weiter. Das ist ja mega. Also Tiere haben wir vorne. Gehen wir eins weiter. Genau, kommen wir gehen mal eins weiter. Hier, was ist das? Oh, warte mal, da ist eins doppelt. Floral, also Blumenmuster. Dann haben wir, oh, dann werden wir weihnachtlich. Oder Winter Wonderland. Winter Wonderland. Also das ist ja auch nicht mehr so weit hin. Und wir haben hier Jingle Bells. Und da sehen wir auch, guck mal, so würde ich Tiere auch malen. Aber das sieht ja einfach schön auf. Und natürlich auch solche Strukturbilder, also einfach Muster. Das ist auch schön. Oh ja. Und die kann man danach eigenen. Das ist vor allem auch so mal ein bisschen ein anderes Training, was du noch mal machen kannst. So eine Fingerfertigkeit, die man noch mal entwickelt. Aber eben auch einfach mal ein ganz neues Hobby. Und wir alle haben es ja mitbekommen in der letzten Zeit. Da waren ja einige Veränderungen, die so ein bisschen auch in der ganzen Welt stattgefunden haben. Und da ist man ja auch manchmal, ist ja einem zu Hause so ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen. Gerade, wenn man vielleicht nicht weg durfte oder keine Leute treffen durfte. Und dann hat man immer wieder nach einer Beschäftigung gesucht. Ich würde das ja auch jetzt wirklich mit in den Urlaub nehmen. Einfach mal so schön am Strand oder beim Camping oder beim Zelten. Kannst du doch schön nebenbei ein paar Bilder ausmalen. Ja, jetzt steht hier natürlich Malbuch für Erwachsene. Aber ich finde, da können auch Kinder gerne mal mit Opa, Oma oder mit Mama, Papa zusammen malen. Gerade die Tiere fand ich wunderschön, ja, wie man da toll malen kann. Also natürlich, es ist ein neues Erwachsenen-Hobby hier, nach Vorlagen eben dann zu malen, um damit ein bisschen runterzukommen, den Alltag ein bisschen abzuschütteln, den Stress ein bisschen zu vergessen. Und dafür ist Malen hervorragend geeignet. Und man kann übrigens die Seiten auch ohne Probleme abtrennen und dann sogar Bilder aufhängen. Das ist natürlich auch schön. Und hier steht es noch mal, es ist Winter und Weihnachten, es sind Pflanzen, es sind Tiere und es sind Ornamente, die wir hier haben. Weißt du, was ich jetzt gerade erst mal sehe? Du musst ja auch erst mal die Linien überhaupt erst mal verbinden. Das ist ja auch noch so ein bisschen Malen nach Zahlen, wie man jetzt hier mal gerade sieht. Mal schauen Sie mal hier. Auch hier sieht man das natürlich noch mal sehr, sehr schön. Aber auch hier, ich würde jetzt noch nicht erkennen, was das jetzt hier zum Beispiel ist. Also würdest du es erkennen? Also das, was wir gerade gesehen haben, war ein Pferd. Ja, das habe ich erkannt. Aber das hier, ich sehe es ja gar nicht. Du hältst ja zu dich. Ja, warte, ich zeige es ja auch den Zuschauern auf einer gewissen Art. Das ist eindeutig eine Eule. Das sieht man doch hier. Guck, da sind die Augen, da sind die Ohren. Das ist eine Schleiereule, ganz klar. Hm? Jetzt siehst du es auch, oder? Ja. Siehst du? Also, das ist eine Eule. Ich muss die ein bisschen weiter weghalten, wegen meiner Brille. Aber stimmt. Und das, Ralf? Nashorn. Du musst es hoch annehmen. Nashorn. Ich kann ja sagen, was ich will. Sie sehen die anderen ja genauso wenig wie ich. Ja, ich wollte jetzt nur... Also das ist ja aber gerade so ein bisschen das Geheimnis. Kennst du dieses, was man jetzt im Fernsehen sieht, dieses Psychiater-Spiel, was erkennen Sie? Ja, aber da gibt es als Farbgläske. Das ist natürlich eine Analyse, kein Spiel. Aber hier kann man ein Spiel draus machen. Das war gerade ein Haifisch. Keine Ahnung, was das ist. Das ist ein Teddybär. Also das nächste Mal brauche ich auf jeden Fall einen Stift dazu, weil dann probiere ich das mal. Schauen Sie mal, wir sind jetzt hier schon auf den letzten Stückzahlen. Die Nachfrage ist riesengroß. Deswegen müssen Sie jetzt hier wirklich einmal ganz, ganz schnell sein. Einmal pro Tag, einmal pro Besteller. Dürfen Sie sich das Ganze hier natürlich ganz explosiv sichern. Und denken Sie dran. Einmal pro Tag, einmal pro Besteller. Unsere große Chance jetzt hier für Sie. Mit der Bestellnummer NX 89, 99 oder 569. Fünf dieser außergewöhnlich schicken Malbücher mit Ornamenten, mit weihnachtlichen, winterlichen, tierischen Motive oder auch die Pflanzenwelt steht hier im Vordergrund. Ich glaube, da findet jeder seine Lieblingsmotive. Ich weiß, Christoph, dem haben es die Tiere angetan. Komm, mach weiter. Ich basse einfach mal wieder und bin gespannt, was heute noch so alles auf Sie zukommt. Denken Sie dran. Fünf Euro Überraschungsshow täglich immer um 17 Uhr. Ist da was drinne, Ralf? Ja, ich muss putzen, glaube ich. Aber das ist was Besonderes. Oh ja, das ist was ganz Besonderes. Unsere 2 in 1 Handwaschbürste mit Sprühfunktion und diesem Gartenschlauch-Klicksystem. Also Gartenschlauch dran und dann kannst du hier Wasser regulieren. Du kannst hier jetzt zum Beispiel Gartenmöbel eben nass reinigen mit der Bürste. Also nicht mehr zwei Arbeitsgänge oder Wassereimer dabei, sondern das machen wir in einem. Und das ist richtig geschickt gemacht. Hier oben dürfte das der Durchlaufregulator sein, wie viel Wasser durchläuft. Hier haben wir nochmal eine Düse, die man wahrscheinlich auch einschalten kann. Und im Normalfall kommt das Wasser hier runter und ich kann jetzt eben mal Sachen reinigen, wie Gartenmöbel, wie Terrakottatöpfe oder auch Blumentöpfe, die ja von Outer Rollläden, könnte ich mir auch gut vorstellen, wenn du große Rollläden hast. Die sollten ja auch ab und zu mal gereinigt werden. Da ist das perfekt. Ja, perfekt. Dafür auf jeden Fall geeignet. Das Ganze stelle ich mir jetzt auch gerade gut vor, gerade so bei der Pollenzeit. Also bei der Pollenzeit, da ist ja auch ständig, dass die Gartenmöbel oder so die Außendekoration auch so richtig mit dem Pollen besetzt ist. Und dann habe ich ja hier die Möglichkeit, den Wasserstrahl anzuschalten und dann leicht nochmal mit den Bürsten drüber zu gehen. Ich finde es wirklich klasse. Und auch hier denken Sie jetzt nicht nur an sich selbst, sondern denken Sie auch gerne mal an Ihren Nachbar, der ihm vielleicht immer mal die Pakete abnimmt und der immer noch seine Gartenmöbel mit Hand und Eimer und mit einem Lappen sauber macht. Ich glaube, hiermit macht man es auf intelligente Art und Weise. Ja, und zwar alles, was man eigentlich reinigen muss, ist damit einfacher. Bürsten und Wässern in einem, das ist einfach geschickt gemacht. Ja, und auch hier, wenn Sie es verschenken wollen, Sie müssen selber natürlich nicht zurückstecken, weil hier dürfen Sie bis zu fünfmal wieder bestellen. Also im Prinzip die ganze Verwandtschaft, Bekanntschaft oder auch Nachbarschaft damit ausstatten. Ja, richtig. Ihre große Chance jetzt vor allem. Und das Schöne ist, Sie haben eben nur an den Gartenschlauch diese 2-in-1-Handwaschbörste angeschlossen, denn Sie schließen Ihre Profi-Waschbörste mit einem Klick an und schon kann die Putzsession einfach losgehen. Und das sind genau solche Themen. Gartenmöbel, Gartenstühle, Hollywood-Schaukeln, vielleicht aber eben auch mal so Jalousien, wie du es gesagt hast, Außenfensterbretter. Das sind ja alles immer so richtige Verschmutzungen. Da kann ich einfach jetzt richtig effektiv und gründlich reinigen. Vor allem das Schöne ist, ich habe das Wasser permanent mit dabei. Das heißt, entweder kommt es unten mit aus dem Würstel heraus oder es kommt oben per Strahl heraus. Und das Ganze super flexibel und einfach möglich. Das Ganze für 5 Euro exklusiv für Sie. Also ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung, was sowas regulär kostet. Aber Gartenmaterial kostet immer viel. Also mindestens 15 bis 20 Euro hätte ich geschätzt. Wir hören jetzt gerade auch, 20 Euro ist die unverbindliche Preisempfehlung. Aber muss Sie nicht kümmern, denn Sie haben wieder alles richtig gemacht. So, 5 Euro Überraschungsshow eingeschaltet. Und da bekommt man eben solche Sachen für Ruf und Garten für eben gerade mal 5 Euro. Ja, und deswegen schnell sein und hier auf jeden Fall schon mal anrufen und sich Ihre Bestellung einmal sichern. Mit der Bestellnummer der NX 3181 und der 569 bekommen Sie diese 2 in 1 Handwaschbürste sofort nach Hause in den nächsten Werktagen. Und denken Sie übrigens auch dran, wenn Sie heute über den Tag noch immer weiterhin auch bestellen und kommen über 150 Euro, kommt die Ware sogar versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. Ja, also vielleicht haben Sie schon eine andere Kleinigkeit bei uns im Programm gefunden und jetzt fehlen noch 5 Euro für die 550 Euro. Dann ist sowas natürlich immer gut. Aber ansonsten, all unsere 5 Euro Produkte sind selbstverständlich ein Megaschnäppchen, wobei ich das relativieren muss. Es sind keine 5 Euro Produkte. Es sind Produkte, die wesentlich mehr kosten, die nur für die 5 Euro Show für Sie auf 5 Euro herunter reduziert worden sind. Und ich behaupte jetzt einfach mal, auch sowas kriegst du nirgends anders für diesen genialen Preis. Ja, auf jeden Fall. Deswegen sollten Sie schnell sein. Und ich sage Ihnen schon einmal die Bestellnummer. Das ist die NX 3181 und die 569. Denken Sie dran, bis zu fünfmal dürfen Sie hier auf jeden Fall zugreifen. Und ich sage es nochmal, nicht nur an sich selbst denken, sondern gerne auch mal an Ihren Nachbarn oder an die gute Freundin denken. Stellen Sie sich vor, der Nachbar guckt neidisch über den Gartenzaun drüber hinweg und Sie stehen dann mit so einem Profigerät und er muss noch alles per Hand machen. Schenken Sie mal was. Fünf Euro tun, glaube ich, keinen Menschen weh. Und das ist ja eben einfach auch so eine tolle Sendung. 30 Minuten lang ein Schnäppchen nach den anderen. Das ist unsere 5 Euro Überraschungsshow. Und wir kommen täglich um 17 Uhr und auch heute um 19 Uhr die 10-Euro-Überraschungsshow mit weiteren fantastischen Schnäppchen. Also Sie sehen, es lohnt sich jeden Tag einzuschalten. Aber wir sind noch nicht am Ende. Eins haben wir noch. Und da schauen wir mal, was Diana da noch auspragt. Dankeschön, Diana. Dankeschön, Diana. Oh ja, das kann ich immer nicht verstehen. Andere ziehen Preise für solche Produkte an und wir geben sowas jetzt für 5 Euro raus. Also das ist der Wahnsinn. Und es ist nicht nur das, was es scheint. Es ist noch ein bisschen mehr. Es ist natürlich hier ein Ventilator, der Akku betrieben ist. Das ist noch wichtig. Keine Batterie, sondern immer wieder aufladbar. Aber da ist auch noch eine Taschenlampe mit drin. Damit kannst du dir aber kurzfristig den Weg leuchten. Und wir haben auch eine kleine Powerbank mit drin. Notstrom für dein Smartphone. An diesem Ventilator, da sehen wir, das ist auch unten, kannst du jetzt auch deinen Akku aufladen. Also vom Smartphone oder auch von Bluetooth-Lautsprechern oder ähnliches. Und das ist natürlich gigantisch. 3 in 1. Ich weiß, wir haben ab und zu mal so einen Ventilator, so einen ganz kleinen Ventilator, nur Ventilator für 5 Euro. Das finde ich schon günstig. Aber hier jetzt durch diese 3 in 1-Funktion, Taschenlampe, 3-Stufen-Ventilator und Powerbank in einem für 5 Euro. Da gibt es ja gar keine Überlegung mehr. Da ruft man sofort an. Ja, da sollten Sie auch schnell in die Leitung gehen. Weil das sind ja wirklich so die Sachen, die ich im Urlaub immer brauche. Wenn kein Schatten da ist, brauche ich ein bisschen Wind. Also nehme ich meinen kleinen Taschenventilator. Wenn mein Smartphone mal so ein bisschen langsam der Saft ausgeht, beziehungsweise der Akku leer wird, dann hänge ich es doch einfach mal dran. Und wenn ich dann mal schnell in die Tasche reinleuchten möchte, wo denn eigentlich die Zimmerkarte hingekommen ist oder der Haustürschlüssel, dann nehme ich einfach meine kleine LED-Taschenlampe, die hier nochmal an der Seite mit angebracht ist. Und Sie sehen es, klein und kompakt fällt auch in Ihrer Tasche überhaupt nicht aus. Ich würde mir sogar generell so ein bisschen auch in die Handtasche tun bei Frauen. Weil gerade wenn du jetzt viel im Sommer mit Bussen, Bahnen, vielleicht aber auch U-Bahnen fährst, da erstaut sich immer so die Wärme drin. Und ich habe das ganz oft erlebt, gerade wenn ich mit der Bahn unterwegs bin, mit dem Zug unterwegs bin, dass da eben ganz oft auch mal die Klimaanlage nicht funktioniert. Oh ja, ich glaube, das hat jeder schon mal erlebt, der regelmäßig Bus oder Bahn fährt. Aber guck mal, das ist natürlich auch eine gute Idee. Mit an Badesee, man kann ja nicht alle, auch bei der größten Hitze, nicht alle zwei Minuten ins Wasser gehen. Und dann erfrischt man sich einfach mal zwischendurch. Praktisch, wenn man auch noch ein bisschen dattelt am Handy, dass wir hier gleich noch die Ladefunktion haben. Also das ist einfach ein tolles, tolles Produkt, wobei du gesagt hast, mitnehmen. Ich habe so einen Ventilator und ich habe den immer mitgenommen im Sommer ins Stadion. Wenn du dann im Stadion sitzt, du weißt ja, ich bin Sportclub Freiburg-Fan und bei Hitze, dann denke ich immer, wie können die kicken? Ich kann ja nicht mal ruhig sitzen. Aber mit dem Ventilator, wenn du den dabei hast und dich so leicht anpusten lässt, wird die Hitze erträglich. Aber dann erntest du immer unglaublich neidische Blicke von den Nachbarn, die ja genauso schwitzen nebendran. Aber das ist wirklich toll und jetzt für 5 Euro ganz schnell die Bestellnummer, damit sie auch wirklich noch einen abbekommen. Es ist die NC3917 und die 569. Drei-Stufen-Ventilator, noch eine kleine LED-Taschenlampe dabei und eine Powerbank mit übrigens 1800 mAh. Das ist schon klasse. Und was natürlich auch schön ist, du musst den Ventilator nie mit neun Batterien versorgen, sondern wenn der Akku mal leer ist, hängst du ihn einfach wieder ans Ladegerät. Ja, bis zu 5 mal dürfen Sie auch hier sehr, sehr gerne einmal zugreifen. Deswegen schnell sein lohnt sich hier auf jeden Fall. Und gehen Sie ganz schnell in die Leitung, damit Sie sich das natürlich hier auch noch mal mit sichern können. Das Ganze über zwei Tasten ganz einfach zu bedienen. Sie können hier eben einfach auch noch mal die Aufladefunktion natürlich mit aktivieren. Und Sie sehen es, kleinhandlich gehört in meinen Augen wirklich bei jedem mit hinein. Vielleicht auch mal mit ins Auto tun. Gerade wenn man so im Stau steht, da muss ich ja auch immer die Batterie ausmachen. Dann geht die Klimaanlage, die Lüftung aus. Habe ich dann einfach noch mal meinen kleinen Ventilator mit dabei, den ich natürlich auch flexibel einsetzen kann. Das ist natürlich auch eine clevere Sache. Egal, für was Sie es einsetzen, die Bestellnummer, die ist die gleiche. Ich sage es Ihnen noch mal, die NC 3917 und die 569. Die 569 am Ende bitte nicht vergessen, denn nur damit bekommen Sie natürlich auch unseren TV-Sonderpreis. Und ich höre gerade unsere Malbücher, unsere Preisalarm heute, die sind schon sehr, sehr nachgefragt. Also wer die noch will, bitte jetzt gleich ans Telefon, bevor unser Sonderkontingent ausverkauft ist. Ja, das war sie schon wieder, unsere 5-Euro-Überraschungs-Show. Wenn Sie Lust haben, rufen Sie schnell an. 980 51 51 und dreimal die zwei. Und um 19 Uhr sehen wir uns wieder zur 10-Euro-Überraschungs-Show.